Sprachkurs vor ganz Anfänge Englisch, Deutsch, Russisch Wortschatz zum Vokabeltrainer A1, A2 Wie geht's Ihnen? Wie geht's dir? Es geht mir gut. Sehr gut, danke. Es geht. Und Ihnen? Und dir? Danke. Das? Das ist. Tschüss, auf Wiedersehen, bis später, bis bald, gute Nacht, hier, da, für, der, die, das. Was ist? Buchstabieren Letzte Erste Der Nachname Der Vorname Viel Ungefär Gegen Über Der Unfall Die Adresse Nach Der Nachmittag Wieder Wieder Der Flughafen Jeder Jede Jedes In Ordnung Erlaubt Auch 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 Immer Auch Bin Der Krankenwagen Er Er Und Er 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 Die Antwort Jedes Irgendeine Irgendwas Bist, Zeit, Zind Das Gebiet Der Arm Ankommen An, Um, Zu Weg Zurück Schlecht Die Tasche Die Bank Der Keller Das Bad Das Badezimmer Sein Das Bett Das Schlafzimmer Das Rindfleisch Das Bier Vor Hinter Zwischen Das Fahrrad Groß Die Rechnung Der Vögel Der Geburtstag Ein bisschen Ein bisschen Schwarz Blau Das Buch Geboren Die Flasche Beide Kaufte Kaufte Kauftest Kauftet Kauften Das Brot Das Frühstück Bringen Bringen Gebrochen Der Bruder Braun Das Gebäude Das Spiel Kaufte 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 Kaufte